Wir wollen Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Menschen und wir erleben das Tag für Tag, dass wir hier in Gotha West sehr gut miteinander auskommen. Nachher um zwei wird da drüben eine Kundgebung sein von Leuten, die uns weismachen wollen, dass wir das nicht können, sondern dass dieses Land nur für bestimmte Leute da sein soll. Wir stehen hier dafür ein, dass wir miteinander leben und dass es gut ist, miteinander zu leben, dass es eine Bereicherung ist, wenn Menschen zu uns kommen, die uns vielleicht auf den ersten Blick auch fremd erscheinen. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Jetzt genießt das Zusammensein und schaut einfach, was es an Angeboten gibt. Gotha ist bunt und unser Programm ist auch bunt. Dafür stehen wir ein. Herzlich willkommen hier. Applaus Applaus Musik 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 ... Musik ... 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 ...